okay das funktioniert auch nicht gut schon gleich mal das erste können wir die Lichter ausschießen da kommen auch nur Funken raus nö ich will es nur versuchen nachladen also da oben waren die kann ich vielleicht auch nach Regenreihe hochretten oder irgendwie so ein Stuff ich muss mir mal die Steuerung angucken ich komme da ja gar nicht drauf klar Steuerung, Bewegung Ducken ist zäh oder alt Springen Benutzen Schmerzmittel ist Tab Bullet Time Kombi oh ich spiele mal mache ich das mal hier Steuerung Kampf okay nichts das mir irgendwie helfen oder was ist denn ah okay okay das ist das ja hilft mir trotzdem relativ nix Schmerzmittel und eine zweite Waffe das finde ich gut geht's jetzt auf? nö okay das Ding geht nicht auf geht unser Auto auf? nö natürlich nicht boah stehe ich auf dem Schlauch vielleicht wenn ich alle kaputt mache das habe ich schon kaputt gemacht ja was wenn ich ganz oft drauf drücke aha pfuh was ist das hier? äh ne da komme ich auch nicht raus das wollte ich gar nicht naja oh Gott wo soll ich denn hier lang gehen? gleich schon am Anfang der Aufnahme schon gleich beim ersten Teil des neuen Projekts gleich so verkacken na gut ich 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 komme mir auch überhaupt nicht drauf klar ja vielleicht wenn ich drauf haue auf die Dinger geh auf lass mich rein nein nicht viel drum baller nö das bringt's auch nicht äh vielleicht kann ich hier irgendwo unten lang vielleicht kann ich durch den Kuli nö nö äh verstehe schon vielleicht geht's auch da hinten lang aaaah keine Möglichkeit die Vergangenheit zu vergessen blickte ich auf die Straße weg vom Rückspiegel und den Leichen die meinen Weg pflasterten ich verfolgte andere Rätsel andere Verbrechen okay bitte 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 bleib bleib oh nein 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 klappe klappe hm hm oh oh nypd oh locker officer ganz locker ich mach hier nur sauber das sagen sie alle alles egal officer ich arbeite für das squeaky reinigungsunternehmen haben sie etwas verdächtiges gehört nein nein oh warten sie äh meinen sie die waffenfabrik oben bringen sie mich hin los sicher officer wenn sie unbedingt wollen ja ich will ihr kopf habt es leicht ihr müsst nur zum tatort fahren und euch ein bisschen umsehen wir müssen den dreck weg machen hirn gedärme und so ne scheiße detektiv detektiv sie wissen was ich meine sie kriegen die orden und was kriegen wir stimmt oh ja sie wissen was ich meine akrobatik miau also wenn ich der kerr wäre dann würde ich also was würde ich nur von max pain denken wenn der da die ganze zeit nur so rumspringt nein nein nach ihnen ich behalte sie im auge oh da ist eine blutspielung voll in die fresse oh oh nein scheiße die typen waren als reinigungsleute maskiert okay das ist blut ganz eindeutig was Ragnarok Ragnarok keine Ahnung was das heißen soll ein König ist da die Tür ist offen sieht man weil es grün leuchtet oh 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 wer wo was du ausgewalttätig aber es pisst mich total an wenn sie das machen das ist eine Beleidigung sonst nichts wir versuchen hier sauber zu machen und die bluten einfach auf den Boden das ist wahr wir müssen eine ah 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 stirb das kam ein bisschen zu spät aber naja also das ist der Drecksack der hier alles vollblutet ne ich sollte dich was schämen also mir macht das bis jetzt ziemlich viel Spaß wo muss ich lang ah das ist eine Tür Kaufmann wartet im Van die Hardware ist verpackt sobald die Jungs da drin Jackie Brown versorgt haben sind wir hier fertig ok ich rufe die Mannschaft vergewissert der ist tot er plutet durch die Betondecke er plutet durch die Betondecke crazy wer ist noch da der Raum sah aus wie ein Waffenlager aber es war ausgeräumt worden scheiß man da ist muss alles umwerfen wuuh warte mal oh der ist gar nicht kaputt gegangen richtig auf dem Anruf beantwortet aber eine Nachricht dies ist der Anschluss von Annie Fan ich bin zur Zeit nicht hier weil ich diese gemeinen Dinger die töten baue sprechen sie oh äh nein nach dem Ton sie haben eine neue Nachricht süße Annie hier Vlad eine Waffe in deiner Hand zu sein der Traum eines jeden Mannes tut mir leid dass ich nicht wie versprochen da sein konnte etwas kam Tonübungen sie haben keine neue Nachricht ah Mission für Schrott finden und noch 9 Minuten Emulsion gut gehen wir mal da weiter okay die gehen nicht auf jetzt auch niemand genug geschwätzt mach sie fertig wartet diese Gangster haben uns überfallen ich hab nichts gegen euch Jungs ihr habt sie erledigt ich arbeite für Fladimir Schätzchen du arbeitest für niemanden was wollt ihr wir können NYPD fallen lassen erledige sie oh Gott nein wie so vieles in meinem Leben begann alles mit dem Tod deiner Frau ich konnte sie nicht retten hinterher lass sie nicht so wird aufgeräumt wie lang soll das denn aus wir sollen nicht nachher noch mit ihr rummachen wir müssen hier abhauen Kaufmann will dass wir verschwinden kümmere dich um ihn ach du lebst noch jetzt nicht mehr am besten bleibe ich bei der Pistrolle dafür höre ich am meisten Munition ich brauche Fragen oh ich habe einen Pumpgun komm schon komm schon komm schon nein nein endlich oh hey Mona Sex wir müssen aufhören uns so zu treffen Mona okay ich habe einen Pumpgun ich werde sie benutzen so oh 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 ach da unten ist aber sehr präzise hui okay diese Tür ist zu aufzug fahren wenn du glaubst ich kann nichts erschüttern belügst du dich selbst im besten Fall bist du zeitweilig tot ein Blitzschlag kann dich jederzeit ohne Warnung reanimieren ähm ich bleib bei denen meine Unterstützung war eingetroffen ich bin ziemlich am Popoloch oh ich muss gucken wie man ähm Steuerung Tab okay Mann was hat wie sich das anhört wenn der sich die Painkillers rein pfeift wir haben die Boden versorgt da kommt keiner rein oh 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 du hast mich fast getroffen du Sack oh wir haben noch eine abgesägte Schrotflinte warte haben wir Munition vergessen nö gut schuppdabob schön alles mitnehmen rein jetzt los hoffmann los max los Chris wie mit hoffmann ri wie